Cool, cool. Heute kein Training? Okay. Heute ist kein Training. Heute ist das Spiel. Was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Spiel? Es ist ein Spiel zum Gelb. Was wird das denn? Es wird schwierig. Wir müssen in jedem zweiten Punkt aufpassen. Ansonsten es sind die Leute frühzeitig währenddessen. Und da ist der Ball wieder weg. Was? Das ist kein Fall oder so. Dumm. die Fans können es nicht glauben, für sie war das ein klarer Sprachstuhl. Mann, passt doch falsch. Ich... Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Wichtige Aktion. Also sehen wir hier das Duell des treffsichersten Teams. Ging die Mannschaft mit den wenigsten Toren. Ich hätte ja nix gegen ein spannendes Tor. Toller Pass. Wusste ich gar nicht, dass das ein guter Pass war. Das zählt? Ja gut, das war ja vorbei. So langsam wird's gefährlich. Alter Schwede. Hey, du hast doch deine Brille. Nein, du hast die irgendeine Brille. Also... Sie schon nicht. Ja, den heute ist es, dann bist du richtig. Na? Wenn wir uns die Taktik der Gäste anschauen geschickt, dann müssen wir vor allen Dingen über die Konter legen. Ja, Wolf, das beherrschen Sie wirklich gut. Das ist Ihre Spezialität. Schön in den Spieler reingespielt. Toll. Wunderbar. Da fällt der Pass hin. Zack. Da rüber. Scheiße, fetter Spieler, Dinger. So. Aus. Mh. 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 Flanke, Digga. Ja, bin ich doof oder so? Ich glaube, du bist immer los, du bist immer ganz warm, du bist immer nicht. Ist ja mal gesteckt. Na? Gibst du. Nein, hab ich nicht. Ich hab dich wirklich da hingelegt. Ja, du bist hier aber nicht. Guck doch selber. Genau. Ja, da ist nichts. Guck mal. Guck mal kurz. Da ist nichts. Guck mal kurz, da ist nichts. Guck mal kurz. Hä? Ich schmitte wieder. Ja, dann schmitte sie gleich den Mund zu. Ja, jetzt gibt es sowas, ich sehe nämlich nichts, ich bin doof, dumm, verstehe nicht. Ich glaube, ob es eben eingefangen sein kann, aber wie denn, ich schreibe es einfach mal aus. Okay. Okay. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ich habe den genau da hingelegt, wo ich gezeigt habe. Jetzt habe ich jeweils dort, wo ich nichts mehr habe. Sie sind jetzt also in Führung. Ja. 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 Ja, geht gut dazwischen. Ja. 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 Können Sie klären, er hätte sonst gefährlich werden können. Ecke kommt's. Ecke kommt's. Guter Einsatz, Ball ist erst mal wieder weg. Da ist der Ball über die Linie. Er war da zuletzt mit dem Kopf dran. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Gut geklärt, das war wichtig. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Gute Steaklegen, gute Zweikabführung. Und? Schon gefahren Sie? Ich war schon drüben. Nein, das war ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Gutes Stellungsspiel. Und wenn Sie nicht auch... So schnell skippen. 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 So schnell skippen.